Nach einer Pause, die durch psychische Herausforderungen während der Olympischen Spiele in Tokio 2021 bedingt war, zeigte Biles bei den Qualifikationswettkämpfen eine beeindruckende Form. Mehrere Quellen berichten, dass sie sich nach intensiven Vorbereitungen und einer tiefen Selbstreflexion dazu entschlossen hat, ihre Karriere fortzusetzen. Experten der Sportpsychologie heben hervor, dass ihr Comeback nicht nur eine sportliche Leistung, sondern auch eine persönliche Triumphgeschichte darstellt. Bei den Wettkämpfen in Paris stellte Biles einmal mehr ihr außergewöhnliches Talent unter Beweis. Während des Mehrkampfwettbewerbs präsentierte sie eine Kombination aus schwierigen Abfolgen und beeindruckender Technik, die sowohl die Richter als auch das Publikum in Staunen versetzte. Insider berichten, dass sie während der Übungen eine bemerkenswerte Gelassenheit ausstrahlte, was nicht nur auf ihre jahrelange Erfahrung, sondern auch auf das intensive mentale Training zurückzuführen sei, das sie absolviert hat. Die US-Mannschaft konnte dank Biles herausragender Leistungen den Wettbewerb für sich entscheiden. Nach dem Finale zeigten sich Teamkollegen und Trainer begeistert von Biles' Rückkehr. Einige Mitglieder des Teams betonten, dass ihre Präsenz im Wettkampf nicht nur eine enorme Motivation gewesen sei, sondern dass sie auch die gesamte Dynamik der Gruppe positiv beeinflusst habe. Biles selbst äußerte sich nach dem Sieg überglücklich und betonte, wie wichtig ihr die Unterstützung der Fans und ihres Teams gewesen sei. Ihr Erfolg bei den Olympischen Spielen hat die Diskussion über die mentale Gesundheit von Athleten, neu entfacht. Experten stellen fest, dass der Druck, der auf Spitzensportlern lastet, oft unterschätzt wird. Biles öffnete sich in Interviews und verdeutlichte, wie entscheidend mentale Stärke und persönliches Wohlbefinden für ihren Erfolg sind. Es wird erwartet, dass ihr Comeback und ihre Offenheit weitere Gespräche über das Thema anstoßen werden und vielleicht sogar Einfluss auf zukünftige Richtlinien im Sport haben könnten. Die Rückkehr von Biles wird von vielen als Weckruf für den Sport angesehen, sowohl in Bezug auf den Umgang mit psychischen Herausforderungen als auch hinsichtlich der Herausforderung, denen sich Athleten in ihrer Karriere stellen müssen. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser neue Fokus auf die mentale Gesundheit in zukünftigen Wettbewerben manifestieren wird. Abschließend lässt sich sagen, dass Biles nicht nur als Sportlerin, sondern auch als Vorbild agiert. Sie hat nicht nur Gold für ihr Team gewonnen, sondern auch eine wichtige Diskussion angestoßen, die über die Wettkampfarena hinausgeht. Ihr Erfolg in Paris könnte der Beginn einer neuen Ära im Sport sein, in der Wohlbefinden und mentale Gesundheit gleichwertig mit körperlicher Leistung gewertet werden. Quelle Autor Mittwoch 31. Juli 2024